Und jetzt kommt die schöne Arbeit, doppelseitige Arbeit von Ernst-Ludik Kirchner. So, dafür kann ich bei der Nummer 228, kann ich hier beginnen, bei 180.000 und es sind bereits 200.000 Euro geboten. 220.000. 240 waren hier zuerst. 260.000, vielen Dank. Und 280.000 und 300.000 und 320.000 und 340.000, vielen Dank, 340.000. 350.000, einverstanden, 350.000 und 360.000 und 370.000 bei Frau Guarneri, 380.000 und 390.000. Jemand mehr als 390.000. Zum zweiten und 390.000 zum dritten.